Ihr hört die Wunderfabrik. Jetzt erst recht. Von Stefanie Gerstenberger. Gelesen von Carolin Sophie Göbel. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Erstes Kapitel. Über eine Seefahrt, die nur mit Pennies lustig ist. Wann sind wir da? Henrys Stimme kam von irgendwo weit unten und einen Moment lang wusste Winnie nicht, wo sie sich befand. Sie schlug verwirrt die Augen auf. Über ihr, ganz dicht vor ihrem Gesicht, befand sich eine hölzerne Wand. Wo war sie? Hilfe! In welche enge Holzkiste hatte man sie eingesperrt? Bist du wach, Winnie? Nein, sagte sie und gähnte. Und dann fiel ihr alles wieder ein. Das hier war keine Holzkiste. Das hier war ihre Koje auf der Mary, in der sie ihre erste Nacht verbracht hatte. Winnie setzte sich vorsichtig auf, Achtung, nicht den Kopf stoßen, und schaute hinunter. Hugo hatte ihnen ein Etagenbett in den ehemaligen Bärenkäfig gebaut. Sie schlief oben, Henry unten, und am Boden davor stand das Himmelbettchen von Katze, das im Moment aber leer war. Cecilia hatte eine eigene Kajüte. Wir sind schon weit weg von unserer Wunderfabrik und dem Strand und der Villa, rief Henry. Ich habe gewunken, ganz lange, und Katze auch. Ja, schön, Henry, Winnie gähnte wieder und beugte sich etwas vor. Von hier aus konnte sie aus dem runden Bullauge oben an der Kabinenwand schauen. Die Sonnenstrahlen glitzerten wie kleine Spiegelscherben auf den blauen Wellen. Henry hatte recht, sie waren weit weg von der Villa und der Wunderfabrik, auf dem offenen Meer. Aber was ist mit Mom und Dad? Wenn die jetzt an die Tür von der Villa klopfen, dann sind sie traurig und suchen uns, weil wir sind ja nicht da. Mach dir keine Sorgen, tröstete Winnie ihren kleinen Bruder. Die beiden sind immer noch in Brasilien, und bevor sie mit ihren Forschungen fertig sind, sind wir längst wieder in der Villa. Hey, lazy people, rief Cecilia draußen auf dem Gang vor ihrer Kabinentür und riss sie im selben Moment auf. Steht auf, es ist so super da oben an Deck. Außerdem gibt es gleich Frühstück. Alle sind schon wach. Und, ist irgendwer noch mal seekrank geworden? fragte Winnie und schnängelte sich mit den Füßen zu der schmalen Leiter am Fußende des Bettes. Sie wusste die Antwort natürlich schon. Niemand, uns geht's gut, alles cool. Cecilia grinste zu ihr hoch und drehte dann verlegen an ihren Locken. Sorry noch mal, dass ich gestern so faul war und dir nicht geholfen habe. Ohne deine Pennys lägen wir jetzt noch völlig fertig an Deck. Nur zu einer Sache bereit, nämlich vor Übelkeit zu sterben. Kein Problem, ich hoffe nur, du denkst beim nächsten Mal daran, wenn ich dich um etwas bitte, sagte Winnie und kletterte die Leiter hinab. Versprochen. Cecilia schaute tatsächlich etwas zerknirscht. Hatte sie vielleicht endlich begriffen, dass ihre kleine Schwester als einzige von ihnen die Gabe hatte und etwas ganz Wundervolles damit herstellen konnte? Winnie dachte an den Moment, als sie gestern unter Deck in ihre weiße Konditorenjacke geschlüpft war und heimlich die Lakritzemasse aufgekocht hatte. Mit getrockneter Orangenschale, Kreuzkümmel und Chili-Flocken war das klebrige Schwarz knallrot geworden. Und dank der Zugabe von Kardamom, ein beiläufiger Tipp von Grandpa, den sie sich natürlich gemerkt hatte, hielt die Wirkung der ausgestanzten Pennys nicht nur Minuten, sondern richtig lange an. Winnie half Henry beim Anziehen, dann machten sie sich alle drei auf den Weg. Am Ende des Korridors stiegen sie eine schmale Treppe hoch und betraten den großen Raum, in dem auch die Kombüse, die Schiffsküche, untergebracht war. Am Tisch wurden die Kinder lautstark von den anderen begrüßt. Es duftete nach Tee und Pancakes und unter den leicht schräg hängenden Lampen war ein üppiges Frühstück aufgebaut. Niemand war mehr bleich, jeder griff mit gutem Appetit zu, auch Hugo, der seine Wollmütze gegen eine Kapitänsmütze ausgetauscht hatte. Von draußen hörte man die Rufe der Matrosen, alte Freunde von Hugo, und über ihnen ihre Schritte an Deck. Nachdem sie gegessen hatten, erhob sich Grandpa. Werte Anwesenden, begann er mit kräftiger Stimme, bleibt bitte noch einen Moment sitzen, ich lade euch hiermit zu einer sehr wichtigen Besprechung ein. Auch bei ihm keine Spur mehr von Seekrankheit, obwohl das Meer an diesem Morgen etwas rauer war und man das leichte Schwanken des Schiffs noch stärker als gestern spürte. Wir sind unterwegs, um unser altes Familienerbstück zu und wir sind unterwegs, um unser altes Familienerbstmütze. Wir sind unterwegs, um unser altes Familienerbstmütze. acceptable. Dasấp